Arvogüsel, meine Freunde. Wie ihr seht, haben wir hier ein neues Spiel. Und ja, ich hab mir hier schon mal einen Charakter erstellt. Und ihr seht schon, es ist ein bisschen so ähnlich wie Terraria sieht's aus. Und wir drücken natürlich auf Create Character. Der schlimmen werden männlichen Mann. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einen Zufall. Zufall, Zufall, Zufall. Wir nehmen mal einen männlichen Human. Den wir natürlich ein bisschen besser aussehen lassen. Ja. Shane McLean. Oh, ey, fucker, da. S1. Der Kaiser. Okay. Und dann auf geht's, alter Kaiser. Und jetzt geht's. Ansehen muss. So, meine Freunde, und da sind wir schon im Spiel. New quest, there's no place like home. This has been wrapped apart. I've been in search of a new home for some time. Okay, also. Ich überset das mal kurz. Äh, es gibt keinen, äh, es gibt keinen Platz, der wie zu Hause ist. Die Erde wurde zerstört. Und ich suchte ein neues Zuhause für ein bisschen Zeit. Mein Schiff wurde, ähm, beschädigt. Und ich bin in einem Orbit auf, von einem, äh, äh, unbekannten Planeten. Ähm, um mich, äh, um weiter zu fliegen, muss ich mein Schiff repieren. Also, reparieren. Ähm, repair the ship lusters and patch the, up the hole. Okay. Okay. Nimm das jetzt mal. Ah, wir müssen hier hin. Okay. Error, error. Info, sale. Run in a loop. T, äh, sums, error. Aha. Okay. Missions. Issue command. Issue command. Enable metal manipulator. Enable metal manipulator. Okay, cool. Dann haben wir jetzt schon mal unseren, äh, unseren Metal manipulator. Enable. Den. Flash of light. Okay. Ähm. Dann holen wir uns mal, äh, gehen wir mal kurz hier hin. Jetzt müssen wir das Schiffsinventar sein. Ah, right. Nein, 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 nein. Ähm, ex. Ähm, so jetzt. Flashlight a weapon and a few torches. Okay. Crafting table. Okay. Broken hero's sword. Okay, dann müssen wir uns jetzt mal kurz, ähm, down beamen. Nein. Oh, falsch. Das ist es. Beam to planet. Beam me down, Skoddy. Okay. Okay. Oh, die Musik. Die Musik. Oh, die. oh ja ja wir fern uns erst mal ein paar mich hin was hat er auch verletzt toltoe ja k doch und ziehen k wer konnte man sich an den Planeten das sieht nicht gut aus Nein, 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 nein. Geh weg von mir! Piss. Monster. Okay, ich weiß nicht, wer hat er diesen tiefen Gang runtergegangen? Hm, das sieht nach einer Verspürung aus. Sicherlich. Und jetzt sehen wir mal, wie wir geboren werden. Aha. Pixel in einem Dings. Okay. Okay. Das war irgendwie crazy. Okay. Ähm, wir wollten eine Werkbank, ähm, oh, I ist Inventurier. Ähm, wir wollten bauen Werkbank, äh, aber dafür, wir müssen, oh, wie hat man nochmal gecraftet? C, hä? Ich weiß es nicht mehr. Ah, tatsächlich, mit C craftet man. Tatsächlich, äh. Ein Wooden Crafting Table, natürlich. Oh, yeah, Crafting Table to create lots of item that, okay. Oh, okay. Plant Fieber, Spandages. Chop down some vines. And, okay. Okay, okay. Nehmen wir mal unsere Crafting Table, ne? Und Jenny da hin. Und dann, Beam me down, Scotty. Doom! Doom! Ja. Ja, es leckt ja wirklich ein bisschen, aber, da geht schon. Irgendwann weg, denke ich mal. Wir müssen also Weins uns holen. Sind, meiner Meinung nach, Weins sind so Lianen. Ah, stillt er ist. Okay. Ja gut, aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play. Starbound. Und, äh, ja, wenn ihr den Part gut findet unter, oder das Video, oder, ähm, ah, hier haben wir schon mal eins. Ähm. Äh, hallo? Was geht jetzt vielleicht mal ab hier? Hm. Tu sie halt ab, ey. Und da haben wir auch schon, ne? Äh. I, haben wir jetzt schon. Planfabre. Ja, sag ich doch. Äh, so. Äh, ja, oh man, ich, ich verkack's. Okay. Äh, also, dann weben wir uns mal noch schnell ab. Dann machen wir die nächste Mission, nämlich in der nächsten Folge. Bitch. Okay, also noch schnell zum Crafting Table. Äh, Bandages, da. Ne. Okay. Wooden Gate. Hm. Da. Hier. Nein. Hier. Nein. Ah. Ich bin nicht. Okay. Dann machen wir die nächste Mission in der nächsten Folge. Und dann sag ich Tschüss, äh, Abwechslung und Tschüss.